ARD Text im Auftrag von Funk Palantir 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 Äh, achso Ist nichts mehr, von welchen Planeten stammt Frage Nummer 4 Ja? Echt? Ich darf nicht spoilern Herzlich willkommen in TV-Sendungen, die schon abgesetzt waren, als ich 5 Jahre alt war Oh, Co vom Planeten Nee, hör auf, hau mit Co aus Ich glaube nicht, dass irgendwo Mach doch Isle Black oder David Bowie oder so Du hattest übrigens recht, dass ich mich da mal fassen werde 2 Minuten lang, pass auf Gott dran, du Arschloch Und dann kommt der Westbahnhof Ein Wahrzeichen von Monopoly Was macht die neue Straße da? Ist sie neu? Die kennt kein Mensch Ich hab sie da immer Schade Der hat 3 Buttons Allein, dass du wusstest, dass der Nummernpad hat, ist schon sehr Ne? Scheiße Frage Nummer Äh Frage Nummer Äh Äh Ja, sehr gut, sehr gut Hauke Get F*** Mörder Guide F*** Das ist vom inneren Auge haben Lass das denken sein Nein Das ist ja etwas anderes jetzt Neue Straße Ey, ich hätte dir alle anderen sagen können Alter, Opernplatz und Das ist die ganze Scheiße, ey Aber Ich wollte ja auch erst die Roten wissen, aber Hab ich gedacht, nee, nee, komm Perfekte Neuestraße, ey Die hat noch nie in das Spiel gepasst Alles klar Oh Mann, immer wenn man so schön am Reden ist Nein Nein Aber der hat keine Schultertasten Nein Der hat keine Schultertasten Komm, ihr macht den Scheißwerk jetzt hier Dann kann ich den ganzen Tag sein Wir sind bei Frage Nummer 11 Ihr seid auch bereit? Nein, 12 Oh, lustig Aua Beide Ah Oh Wenn ich jetzt gewinne, bin ich extra gut Ich